Hallöchen liebe Waifus Nasen Bendos Demi Solmaga, ich grüße euch und heiße euch ganz herzlich willkommen zum nächsten Tag des Nippon Reisetagebuches. Heute haben wir Tag Nummer 6. Wir sind abgereist. Wir haben Kyoto hinter uns gelassen und sind auf in Richtung Beppu. Und in Beppu gibt es etwas ganz Besonderes und zwar ein Hotel mit extrem engen Räumen. Es war katastrophal. Die Luft war stickig, das war einfach alles nicht wirklich angenehm für den europäischen Standard. Es war zum Glück nur eine Nacht. Wir waren nur eine Nacht in Beppu und von daher war das nicht so schlimm, aber es war sehr gewöhnungsbedürftig. Zu zweit in einem engen Raum, auf einem geht so großen Bett zu pennen. Ihr könnt euch vorstellen, die Nacht war katastrophal. Aber fernab davon, warum sind wir nach Beppu? Ich kann nur so viel sagen, Beppu ist ein, wie soll man sagen, ein Reservoir an Onsen. Ein Onsen jagt den nächsten gefühlt. Es gibt unterschiedliche Formen von Onsen. Wir sind in einem klassisch westlichen Onsen vorbeigelaufen. Das ist einfach ein Haus, wie es bei uns auch rumstehen würde. Also total unspektakulär für uns. Aber innen drin gab es eben auch Bäder, die wahrscheinlich auch, denke ich mal, dann eher westlich angehaucht sind, anstatt japanisch. Beppu ist ein, wie gesagt, eine Stadt, in der auch außerhalb sehr viel Onsen Tourismus vertrieben wird. Wir haben uns allerdings überlegt, wir wollen natürlich in einen klassischen Onsen. Das, was man so unter einem Onsen versteht. Und wir haben uns da ein wenig so den Klassiker erwartet, so mit Steinen und außerhalb und so weiter. Und erstmal sind wir da rumgeheert. Beppu ist am Meer. Das hat man sehr gut bemerkt. Da gab es dann so irgendwie so einen Park, wo es hieß ja bei dem Park dann irgendwie rechts und dann seid ihr da bei diesem Badehaus. Und wir sind erstmal knallhart dran vorbeigelaufen, weil dieser Park war einfach nur eine kleine grüne Fläche und zwei Bänke. Wir haben das nicht als Park angesehen, deswegen haben wir den Weg nicht sofort gefunden. Ja, dann waren wir in diesem Badehaus. Also erstmal sieht es halt von außen richtig Hammer aus. Dann seht ihr da vielleicht auch schon auf dem Bild, dass dort ein Fenster offen ist, damit die ganze Luft, die schlechte Luft, die heiße Luft auch wieder rauskommt. Das Witzige ist, dann ist halt einfach, das ist einfach das Männerbart. Das heißt, das ist scheinbar vollkommen scheißegal den Leuten, ob sie da nackt gesehen werden oder nicht. Du kannst da reinlinsen, du siehst da nackte Männer rumlaufen. Das ist scheinbar ziemlich normal und das macht dir nix aus. Das war interessant, kann man sagen. Ähm, Entschuldigung. Und ja, wir sind dann da rein und haben dann gesagt, ja, wir würden gerne einmal baden. War spottbillig und dann hat jeder dazu noch so ein kleines Handtuch bekommen, wo wir erst uns gefragt haben, wozu, wozu brauchen wir so ein kleines Handtuch? Es ist, dient in erster Linie einfach der oberflächlichen Trocknung, sag ich mal, aber auch gleichzeitig, beziehungsweise der, der doch für Männer, der, der angebrachtere, ähm, Nutzen für dieses kleine Handtuch ist es eben halt beim Sitzen das Ganze übers Gemächt zu legen. Kann man machen, muss man nicht. Die alten Japaner da drin haben es teilweise auch nicht gemacht. Das war echt so ein bisschen so egal halt einfach. Jeder, der, ähm, beim Fußball, keine Ahnung, danach irgendwie mit den Kollegen sich duscht, das ist nix anderes quasi. Also nix wildes jetzt. Ähm, das war halt interessant mit diesem Handtuch, das, ähm, weil wir nicht ganz wussten, nutzt man das jetzt fürs Gemächt oder nutzt man es zum Abtrocknen oder, also, ähm, es gibt bestimmt eine Regel, aber irgendwie gefühlt macht es jeder Japaner irgendwie anders oder für sich, je nachdem wie er Lust hat. Also es gibt natürlich, das haben wir auch bemerkt, es gibt vorgeschehen, es gibt Gesetze oder nicht Gesetze, sondern Regeln, wie man irgendwas macht oder einhält, aber die meisten Japaner tun es dann doch nach ihrem eigenen Gusto verwenden. Von daher, ja, wir sind dann dann auch rein in das, in das, äh, Wasser, ne. Normalerweise ist es ja so, dass man sich vorher abwäscht, äh, mit dem Wasser, das dort zur Verfügung steht, äh, mit einem, mit einem, ähm, Schälchen so, mit so einer großen Schale machen wir Wasser rein, einmal drüber. Das Wasser war eiskalt und dann hat der eine Japaner in, also der eine ältere Japaner in, äh, äh, Wasser dann zu uns nur so gemeint, ah, ihr könnt auch ruhig das, äh, warme Wasser nehmen, äh, im, 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 naja, in der, in dem Onsen, äh, weil das macht hier scheinbar jeder. Und daher war es natürlich vom Sinn her natürlich auch wieder so, wo du sagst, ja, eigentlich ist es, soll man das ja nicht machen, weil man soll sich ja vorher waschen und dann reingehen, damit der ganze Dreck da nicht drin ist von dir, aber gleichzeitig ist da der Dreck drin, wenn du da reingehst. Es ist, es ist ein bisschen konfus, ich finde die Regel, die, die Logik ist ein bisschen strange, finde ich. Ähm, auch wenn ich das gut finde, äh, zum Beispiel, wenn man badet, dass man sich vorher abwascht und dann reingeht, weil dann legt man nicht in seine eigenen Siffe, wenn du mal überlegst, das ist eigentlich schon ziemlich logisch, ähm, aber, äh, da war es scheinbar nicht so schlimm oder die sind einfach zu alt, die haben gesagt, pff, machen wir nicht mehr, das ist der, wir tun uns nicht mehr in unserem Alter eiskaltes Wasser über den Rücken schütten und dann ins, äh, 43 Grad warme, äh, uns im Wasser gehen. Und ja, wir waren dann eben halt dort drin und, ähm, es war super geil, also ernsthaft, das 43 Grad Wasser, man glaubt es nicht, aber mir hat es richtig gut getan. Es war Balsam für die Seele, man ist ab und zu mal kurz raus, ne, hat sich dann auf diesen, äh, es gibt dann solche kleinen Hocker, wo man sich draufsetzen kann, ähm, dann wartet man halt so ein bisschen, bis man sagt, okay, jetzt bin ich wieder, wieder bereit und dann geht man wieder rein. Und das haben wir so vier, viermal gemacht, glaub ich so, drei, viermal und, äh, dann sind wir raus. Ein Kollege hat es irgendwie extrem erwischt, der hätte es auch nicht gedacht, aber auf einmal hat er vom Kreislauf her relativ, ähm, ja, das ist jetzt nicht übertrieben reagiert, aber er hat reagiert drauf und er brauchte dringend irgendwie eine Auszeit und der, er, ihm war die ganze Zeit sehr, äh, kann man sagen, also das scheinbar auch nicht für jedermann und 43 Grad ist eventuell für manche auch hier ein bisschen zu viel. Ich hab mich selbst gewundert, dass es bei mir gut funktioniert hat und dass ich keine Probleme hatte. Ich fand es sehr angenehm. Ähm, die Preise waren super, super, super billig, also da ist, darf man mal, also das kann man auf jeden Fall machen in so ein öffentliches Badehaus. Ähm, wir haben natürlich einen Kollegen gehabt, der hatte Tätowierungen und das ist natürlich in Japan auch so eine Sache, ne, wegen den Yakuza und, ähm, da ist es so, da haben wir im Hotel gefragt, gibt es denn irgendwo eine Onsen, der, ähm, Tätowiert reinlässt, ne? Und dann, ähm, haben die dann irgendwie was versucht zu sagen, dann haben sie so einen, so einen Araber oder was das da war geholt und, äh, der hat uns dann das Ganze nochmal übersetzt und hat uns gesagt, ja, das ist von, äh, Onsen, für, äh, also Onsen, ähm, Chef von, zu Onsen-Chef irgendwie anders und das Handhaben die halt anders. Äh, einfach mal probieren. Und dann sind wir dahin, ne? Also, äh, dorthin und haben halt gefragt, ey, ähm, also das ist ganz wichtig, Fragen vorher, wenn nicht einfach reingehen, weil das könnte zu blöden Missverständnissen führen, wenn ihr Tätowiert seid. Einfach fragen, äh, Tattoo und, äh, wenn die dann am, ähm, Dresen sagt, ja, es ist, äh, ist okay, ist okay, äh, dann ist alles dann Freifahrt. Ähm, die meisten realisieren das auch, wenn du, also im Normalfall sollten sie nichts sagen, weil die sehen, dass ihr Ausländer seid und, ähm, ihr seid in einer Gruppe, einer Reisegruppe, das sieht man einem schon an und, ähm, dementsprechend, wenn du sowieso kein Wort Japanisch kannst so richtig, dann ist die Chance, dass du mit Yakuza gleichgesetzt wirst, wirst auch relativ gering. Aber manche haben eben halt trotzdem in diesem Land diese Abneigung gegen Tattoos einfach wegen Yakuza. Das ist halt dort einfach anders als bei uns. Und ja, wie gesagt, super günstig. Da hast du nur noch gratis dieses, äh, tolle Handtuch mitgekriegt und das dürfte man auch behalten dann. Es wäre auch ein bisschen strange gewesen, wenn man es wieder abgeben müsste. Wobei, na gut, man hätte es auch wäschen können. Aber, ja, wir dürfen es auch hierbei behalten. Yubi, yubi, hey. Und, ähm, so, genau, das wäre das. Und dann gab es noch ein Sandbad, aber, also, da tut man sich irgendwie einbuddeln. Vielleicht kennt der ein oder andere das aus irgendeiner Pokémon-Edition. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, Smaragd oder sowas. Gab es das mal irgendwo, wo sich die älteren Menschen haben einbuddeln lassen, den Sand und so warmes Sand. Das habe ich zum ersten Mal dort gesehen, dass sowas existiert. Und, äh, wir haben uns Bilder angeguckt und haben gesagt, nope, 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 nope. Zu heiß. Zu wenig Körperfreiheit. Man hat einfach nämlich nur noch den Kopf gesehen und alles andere war eingebuddelt. Und wenn ich was hasse, dann ist es, wenn ich meine Hände und Füße nicht mehr sehe und auch nicht mehr wirklich bewegen kann. Und nein, 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 nope, nope, nope. Haben wir dann nicht gemacht. Hätte man aber, glaube ich, auch nochmal zahlen müssen. Also, wir haben nur fürs Normale unseren Ding bezahlt. So, dann sind wir eben dort, äh, bei diesem, bei diesem Haus weitergelaufen und dann hast du halt so, es ist jetzt nichts Besonderes in Japan, hast du halt mal irgendwie so Callgirl-Werbung gesehen oder so, hast dir nichts bei gedacht. Und wir wollten halt wieder in die Stadt und beziehungsweise halt woanders hin, ne, aber nicht gleich wieder ins Hotel. Deswegen sind wir einfach mal geradeaus durchgegangen dort. Ja, und auf einmal, ähm, ja, wie soll man sagen, laufen zwei erschreckend junge Mädchen vor uns. Wobei ich auch immer da vorsichtig sage, ich kann das Alter von Japanern nicht einschätzen oder wir allgemein nicht. Ähm, die sehen oft sehr, sehr jung aus und sind aber gar nicht so jung mehr, sondern auch schon relativ älter, ja, ähm, als man sie einschätzt. Von daher, ähm, wie gesagt, da Vorsicht. Ähm, aber auf jeden Fall waren zwei doch sehr attraktive junge Damen, ähm, vor uns und, ähm, die sind eben durch diesen, durch ein Distrikt durchgelaufen, durch so einen, so einen schlauchigen Gang. Ähm, der wirkte relativ dubios, aber wir mussten ja irgendwo hin. Und, ähm, die Mädels wurden dann von irgendwelchen Männern begrüßt, die dort am Eingang standen. Ja, ganz nett. Und die sind dann irgendwo eine Treppe hoch und sind verschwunden. Und dann haben wir schon ungefähr gewusst, ja, okay, wir wissen, wo das hinführt. Wir wissen, wo das hinführt. Und, ähm, ja, dann sind wir, und die Männer haben uns ganz böse angeguckt, als wie so, ey, was wollt ihr hier? Also das war auch schon wieder so ein, so ein, ah, da fühlst ich schon wieder ganz schmutzig. Und, ah, es ist, ähm, es ist halt so eine Sache. Diese, äh, ich fühle mich da nicht wohl. Bin nicht ehrlich. Ich mag das hier in Deutschland nicht. Ich mag das nirgendswo. Diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Porn-Distrikte eben. Ja, diese Porn-Distrikte finde ich, äh, vom Feeling her, wenn man da durchläuft oder so, ah, nee, es ist, es ist einfach nichts für mich. Das ist einfach, es fühlt sich, es fühlt sich irgendwo kriminell an. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es, wie es deuten kann. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein schlechter, schlimmer Beruf ist oder was auch immer. Ähm, das soll jeder selber für sich entscheiden. Ähm, aber ich finde, das hat immer so mafiöse Züge. Das Ganze so mit extrem Security und, äh, keine Ahnung, wie die, 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 die Pimps und Babos und was es da alles gibt. Ähm, es hat schon so mafiöse Züge und das finde ich, ah, das ist unangenehm, unangenehm. Und von daher, ja, ähm, war das so eine Erfahrung, die man halt in Japan auch irgendwann macht, ne? Wohl oder übel. Und ja, ähm, soviel einfach mal dazu. Also, danach waren wir in der Bar. Da war so eine Bar offen, war niemand da. Wir sind einfach mal rein, haben uns hingehockt, ne? Und dann kam einer und der meinte so, äh, no English, no English. Und wir so, ist gar kein Thema. Du hast alles, also alle Getränke und so weiter, hast du draußen stehen. Wir zeigen einfach drauf und, und gut ist, ne? Wo ist das Problem? Ist doch kein Thema. Und, ähm, dann, ja, hat er das eingesehen, hat uns, äh, Getränke gebracht, wollte aber, dass wir sofort zahlen. Und danach haben wir nur so, okay, äh, okay. Das war halt wirklich, die Bar war noch so komplett leer. Also, das war wahrscheinlich einfach noch nicht die Zeit. Die war zwar offen, aber die, vielleicht sind die auch andere Besucher gewöhnt. Das könnte ich mir schon durchaus vorstellen, wenn man überlegt, dass es quasi am Ende dieses Distriktes war. Aber nun gut, ähm, ja, die haben auf jeden Fall dann, äh, der hat dann auf jeden Fall, äh, gemeint, wir sollen gleich zahlen. Das haben wir dann auch gemacht, haben uns singul ersetzt, haben eine geraucht, haben was getrunken. Und, äh, ja, dann, ähm, war der die ganze Zeit nicht an der Bar, sondern irgendwo in einem Hinterzimmer und hat so lange gewartet, bis wir gegangen sind. Und das war, ja, das war unsere erste richtige, ähm, Begegnung mit, äh, einem, mit Erfahrung mit Gaijin-Hass, ja, Ausländer-Hass. Also, oder Ausländer aus dem Weg gehen. Und, ähm, wie ich es ja bereits in ein paar Parts davor schon vielleicht mal angeteasert habe, ist es so, dass manche Ausländer sich einfach benehmen wie die Achsenwalde. Das ist einfach, die benehmen sich einfach so, wie sie es auch gewohnt sind. Die passen sich nicht an die Vorschriften und Regeln und Gesetze dieses Landes an, wo sie gerade drin rumreisen. Ähm, sie scheißen einfach drauf und sind laut und nervig und unhöflich und das gefällt den Japanern natürlich nicht. Und dementsprechend hat sich da auch eine gewisse Anti-Haltung, ähm, eingebürgert, wo ich durchaus, äh, sagen kann, das verstehe ich. Das verstehe ich wirklich bei so vielen Leuten, die sich nicht an Regeln und so weiter halten, ähm, wird mir in Deutschland genauso wenig gefallen, ne? Oder gefällt mir auch nicht, wenn man sich nicht an ein paar Regeln halten kann. Man muss nicht alles perfekt machen, aber man sollte sich bemühen. Das ist, finde ich, das ist einfach Respekt, ja? Und, ähm, da haben wir bemerkt, der wollte uns eigentlich so schnell wie möglich wieder raus. Gar keine, äh, der hat eigentlich gewartet, bis wir wieder gegangen sind und ist dann wieder aus seinem Kabuff gekommen. Und wir haben gedacht, ach komm, lass, lass ihn, lass einfach, ähm, das wird seine Gründe haben, warum er so reagiert. Der hat wahrscheinlich schon anderes gehabt, ne? Und ja, dann der Abend, ähm, wie gesagt, also, es ist ein bisschen langweilig von den Bildern her, das muss ich zugeben. Aber der Abend, äh, hat dann in einem Restaurant geendet, in dem, äh, Watamin-Chi. Hat das, glaube ich, geheißen, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist das auch einfach nur ein Sake, äh, Sake-Art. Das kann ich jetzt, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, oder hieß das Watamin-Chi? Wie? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall war das am Bahnhof von Peppu. Und, ähm, ja, da haben wir halt fett gegessen. Da gab's, boah, was gab's denn da irgendwie alles Mögliche in gigantischer, also in gigantischer Form nicht. Aber es gab so ein X, also so ein riesiges, ähm, Hühnchen auf dem Spieß so. Und es war prinzipiell sehr lecker, aber ich hab's irgendwie nicht vertragen. Ich musste an dem Abend, ähm, mich wieder von diesem Hühnchen trennen, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder beziehungsweise in der Nacht. Ich bin einfach aufgewacht und hab gedacht, oh, das ist Hühnchen, das ist nicht so meins. Verschwinde, Hühnchen. Und dann hat das Hühnchen gesagt, braak, und dann war's weg. Ja, ähm, auf jeden Fall, ja, ich, äh, kann mich eigentlich kaum noch was erinnern. Ähm, also jetzt, weil einfach nix großartig passiert ist. Wir sind dann, ähm, da sind irgendwie Essstäbchen runtergefallen, also der Bedienung beim Abräumen. Und, ähm, die waren dann auf dem Boden und wir haben sie nicht mehr gefunden. Ich hab sie dann noch eine Zeit lang gesucht. Und, ähm, ja, die Bedienung ist dann auch nicht mehr zu uns gekommen. Weil sie sich wohl geschämt hat oder weil sie einen Fehler gemacht hat oder weil ich ihr geholfen habe. Ich weiß nicht, Japaner reagieren manchmal sehr, sehr merkwürdig. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie unhöflich war in dem Falle, sondern sie wollte einfach nicht mehr mit ihrem Fehler konfrontiert werden. Oder, ähm, andersrum kann man natürlich auch sagen, dass der Chef gesagt hat, hey, du hast jetzt halt vergeigt, ne, ähm, ähm, lass mal jemand anders dahin. So nach dem Motto, dass das nicht nochmal passiert. Das kann natürlich auch sein, das haben wir auch fast im Gefühl gehabt. Was natürlich sehr schade war, weil wir wollten da jetzt eigentlich, ja, naja, egal. Wir haben extra nochmal symbolisiert und gezeigt, dass das nicht schlimm ist und dass das nur Stäbchen sind, die auf den Boden gefallen sind. Alles gut, das kann jedem mal passieren. Das habe ich blöd hingelegt oder was auch immer. Ähm, aber, naja, das ist halt so, wie es ist. Dann waren wir noch in einem italienischen Restaurant, ja, in einem italienischen Restaurant. Das ging auch so. Das war auch so ein Häuschen. Also, äh, dieses Restaurant, wo wir den Sake getrunken haben und so, das war halt, ähm, ein Restaurant richtig so, richtig voll und warm und, ja. Und dann gab es noch ein italienisches Restaurant. Da habe ich jetzt keine Bilder von gemacht, ähm, weil ich dumm bin, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, und in diesem, äh, in diesem Restaurant, ähm, da ist man so eine Treppe hochgegangen. Das sah so ganz unscheinbar aus. Stand halt italienisches Restaurant. Da stand, äh, vor allem auch, was stand da nochmal von, ähm, äh, was war das irgendwie? Das, 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 da stand von 18 bis 25 Uhr stand drauf. Kein Scheiß, stand da wirklich. Von, von 17 oder 18 bis 25 Uhr stand draußen. Das war interessant. Ähm, dann sind wir da halt hoch und, äh, ja, das war Wahnsinn. Also, das war halt in diesem Haus irgendwie, was weiß ich, der dritte Stock oder so. Und da war dann auf einmal ein nobles Teil, du, ein, ein, eine, eine Pracht war. Und, ähm, ihr werdet es nicht glauben, aber das waren, äh, zum größten Teil nicht mal wirklich Stühle, sondern einfach riesige, elegante, rote, mit goldenem Rand verzierte Couches, wo du dann dich hinpflanzen konntest und, äh, konntest natürlich wieder rauchen, ist klar, ne? Ähm, und du konntest, äh, dort eben halt italienisches Essen und, äh, alkoholische Getränke trinken. Und das war, ne, verdammt edle Atmosphäre und so. Das war, das war toll. Also, das hat, das hat echt, ähm, das war sehr edel und sehr, 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 äh, angenehm. Auch so von der, wieder eine leichte Jazzmusik im Hintergrund. Alles sehr, sehr angenehm. Und, ähm, eine, eins gab es da, man musste irgendwie, da war eine Glocke auf dem Tisch, also so eine mit, mit, äh, mit, ähm, wie nennt man das, ähm, mit, mit Griff, ja? Wo man dann so hochnimmt und dim, 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 und, ja, das war merkwürdig. So, sorry, ich wurde gerade unterbrochen. Also, nochmal, ähm, da gab es diese Glocke mit Griff und dann hat man gebimmelt und damit hat man dann die Bedienung gerufen, ne, der auch scheinbar, gefühlt, scheinbar gleichzeitig Chef war. Und, ähm, ja, ähm, war interessant. Also, es sind so Erlebnisse, ähm, auch wenn er sagt, ich bin in Japan, möchte eigentlich jetzt, äh, ein japanisches, äh, Essen und so weiter haben, geht ruhig ab und zu mal auch zum Italiener oder zum Griechen oder sonst wohin. Ähm, auch hier ist es einfach doch sehr japanisch und sehr anders. Und, ähm, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Es ist sehr interessant, ähm, zu sehen, wie die Japaner damit umgehen, weil es hat immer so seinen eigenen japanischen Touch dennoch. Also, nur weil die, ähm, zum Beispiel italienische Pizza machen, heißt es noch lange nicht, dass diese Pizza eben halt genauso ist wie beim Italiener, was sie halt einfach nicht ist. Sie ist anders, sie ist super gut vom, es schmeckt richtig gut und es, äh, es lohnt sich. Aber es ist halt, äh, trotzdem so ein leichter japanischer Touch. Das kann man nicht wirklich beschreiben, das sollte man einfach mal erlebt haben, gesehen haben. So, das wär's für den heutigen Teil. Ähm, eigentlich wollte ich zwei Teile draus machen, aber dann hat es doch noch relativ gut, äh, geklappt. Und, ähm, auch nicht verkehrt. Dann, ähm, sehen wir uns, hören wir uns wieder, wenn der siebte Tag anläuft. Ich bin der René von der Meso Manga und bis zum nächsten Tag. Bis dahin und tau. Bye, bye.